Hallo zusammen! Freitag ist Rätseltag, da bietet es sich natürlich auch an, im aktuellen Analysevideo eine Rätsel der vergangenen Wochen aufzugreifen. Ich habe mich heute entschieden für die Nummer 9, Glanz beim Kneipenskat, eine Partie, die vor vielen, vielen Jahren schon gespielt wurde von Senat Eddy Severovic. Damals war er noch ein unbeschriebenes Blatt, heute ist er inzwischen zweifacher Einzel-Europameister, einer der erfolgreichsten, wenn nicht der erfolgreichste Skatspieler der letzten 10-15 Jahre, gerade mit der Mannschaft im DSKV Deutscher Mannschaftsligameister geworden. Und hier hatte er schon, wie gesagt, Anfang der 2000er Jahre die Gelegenheit, sein Talent einmal unter Beweis zu stellen in einer teuren Kneipenskat-Runde und das ist insofern interessant, als es die taktische Vorgabe hier erklärt. Er musste in der Liste dieses letzte Spiel noch machen, um den Seriensieg zu erzielen und deswegen hat er logischerweise, auch wenn die Hand unter anderen Umständen so viel vielleicht nicht hergibt, mit zwei Buben und zwei Assen eben so lange gereizt, bis er hier ans Spiel kam. Das war bei Mitte 30 der Fall, dann kam die Albtraumfindung mit Pik 8 und 9, doch es nützt ja jetzt nichts, es verspricht nur ein Grang überhaupt, Aussicht auf Erfolg, auch wenn die eher minimal einzustufen ist. Also zwei Bilder in den Keller und dann geht die wilde Fahrt los, hoffen auf eine günstige Verteilung, hoffen vielleicht auf eine blanke Karot 10 und verteilte Buben, dann aber schon der erste Stich, ein Schlag ins Gesicht, auf Pik Ass wird von hinten direkt Kreuz 10 gewimmelt, also viermal Pik in Vorhand dagegen. Das verheißt natürlich nichts Gutes, denn logischerweise kommt dann auch die Pik 10 hinterher und nach zwei Stichen haben die Gegner schon 42 Augen liegen. Da könnte es leicht passieren, dass man schon resigniert, denn klar, jetzt kommt natürlich auch noch der Pik König hinterher und es sind noch so manche Baustellen hier zu Kitten. Karo kann noch was abgegeben werden, Kreuzluge muss noch abgegeben werden, Bauern sind noch nicht geklärt. Gut, wie auch immer, Pik König wird erstmal gestochen, ansonsten ist man, denke ich, völlig chancenlos und hier kommt jetzt der einzig und spielentscheidende unscharfe Zug, sagen wir mal, vom Spieler in Hinterhand, der wirft hier den Herz König ab. Was das zu bedeuten hat, da könnt ihr euch ja schon mal Gedanken drüber machen. An dieser Stelle jedenfalls startet das Rätsel und das heißt natürlich übernimm das Blatt und versuch noch das Spiel irgendwie zu retten. Den ersten Stich gebe ich jetzt auf jeden Fall noch mal völlig freigiebig vor. Kreuz Bube muss hier wohl gezogen werden, wenn die Buben nicht fallen, dann ist das Spiel nicht zu gewinnen. Jetzt sind die Buben aber gekommen, das heißt Buben sind nicht mehr drin und jetzt heißt es, übernimm die Hand, gewinn noch irgendwie das Spiel. Welche Karte bietet sich dafür jetzt an? Wie sagt der Eddy so schön, damals war das Spiel wohl noch nicht so weit. Die meisten Spieler, die er damals gefragt hat, die haben auf das Karo Ass gezeigt nach dem Motto, naja, dann muss eben jetzt die Karo 10 blank sein. Das ist klar, das wäre dann sofort der Sieg, weil nur noch am Ende Kreuz 7 abgegeben wird und nur noch Kreuz König und Herz 10 als einziger Voller unterwegs sind. Allerdings gibt es hier eine viel bessere Möglichkeit und vor allen Dingen, es ist nicht besonders wahrscheinlich, dass die Karo 10 blank sitzt und dazu müssen wir uns jetzt noch mal über diesen Herz König klar werden, den Hinterhand auf den eingestochenen Pik König gelegt hat. Der verrät nämlich die Karte zu einem sehr großen Teil. Es wird ja wohl dieser Herz König blank sein, alles andere macht wenige Sinn, dass da so ein Bild verbrannt wird und wenn der Herz König blank war, dann kennen wir inzwischen von Vorhand 9 Karten. Die 4 piken, den blanken Buben und er hat dann eben auch 4 Herzen noch in der Hand, Nämlich er hat 7, 8, 9 und 10. Das heißt Vorhand hier hat nur noch eine einzige uns nicht bekannte Karte und tatsächlich können wir natürlich gewinnen, wenn das die Karo 10 wäre. Ist allerdings nicht wahrscheinlich, dass er sein Handspiel gereizt hat mit der Karo 10 dabei, wo er selber nur 5 Trumpfe hat. Und außerdem schlagen wir noch weitere Verteilung und zwar insgesamt können wir bis zu 5 Karten schlagen. Das Rätsel ist an der Stelle insofern auch nicht ganz eindeutig, weil es mehrere mögliche Sieglösungen gibt. Diejenige, die hier im Rätsel zum Erfolg führt, ist das Kreuz Ass. Das ist die Karte, die Eddy auch gespielt hat. Damit kriegen wir auf jeden Fall raus, welche Karte bei Vorhand blank ist. Wenn es nämlich ein Kreuz ist, dann kann das Spiel gewonnen werden, sofern es mindestens Kreuz Dame oder sogar Kreuz König ist. Und wir haben es gerade gesehen, es war die Kreuz Dame. Wenn jetzt hier abgeworfen wird, eine Herz Lusche oder eine Pik Lusche, dann bleibt als weiterer Siegplan nur noch das Karo Ass zu ziehen, in der Hoffnung, dass die blanke Karte dann die Karo 10 ist. Jetzt wissen wir aber schon, dass es nicht die Karo 10 ist. Wir wissen sogar jetzt die komplette Restverteilung oder können sie wissen, vorne hier sitzen nur noch die vier Herzen und Pik Lusche und das bedeutet Hinterhand hat oder der Spieler links von uns hat die Karo 10 bestellt und Kreuz König Lusche. Wir spielen ihn jetzt also an. Er kriegt natürlich die Herz 10 gewimmelt auf 56. Jetzt sind aber außer der Karo 10 alle Bildkarten raus. Es sind nur noch Luschen im Spiel und wir können uns hier in ein schönes Gabelendspiel manövrieren. Müssen jetzt allerdings noch einmal aufmerksam sein, dürfen nicht die Karo 7 abtragen, weil wir dann eingespielt werden mit der Karo Lusche, sondern wir müssen hier die Karo Dame abwerfen. Damit bleibt uns jetzt nämlich noch dieser Trick, dass wir jetzt die nachgespielte Karo Lusche noch einmal tauchen können und jetzt konnten die Gegner es nicht verhindern, dass wir hier das Spiel eben mit 61 Augen gewinnen. Das ist hier also die Lösung. So hat Eddy das auch am Tisch erkannt und vorgetragen. Das finde ich ziemlich bemerkenswert und was ich ja eben sagte, deswegen starte ich es jetzt auch noch für einen weiteren Durchlauf, ist, dass es hier nicht ganz eindeutig war, dass es zwei mögliche Lösungen sogar gab. Insgesamt fünf Karten hätten das Spiel noch zum Sieg geführt, fünf Karten beim Spieler in Vorhand, wenn wir davon ausgehen, dass der tatsächlich die vier Herzen hatte. Und das waren eben nicht nur Kreuz Dame, Kreuz König und Kreuz 10, sondern, schauen wir jetzt hier gerade nochmal einmal hin, 21, 42, Einstich, blanker Herz König fällt, Bube wird gezogen und jetzt führt uns in einer anderen Verteilung sogar auch die Karo Dame zum Sieg, wenn nämlich Karo 8 oder Karo 9 hier die unbekannte zehnte Karte in Vorhand ist, dann kann der Spieler hinten nur rausnehmen, Karo Dame, Karo 10, Karo Lusche, 55 und auch jetzt ist eben hier nur noch der Kreuz König und beim Spieler hier nur noch die Herz 10. Entscheidend ist, dass wir die Herz 10 auf jeden Fall erobern, wenn der Spieler versucht uns in Karo zurückzuspielen, dann wird einfach wieder die Karo 7 gelegt und wenn der Spieler mit Kreuz antritt, dann werden wir eben, je nachdem, ob da jetzt die Herz 10 drauf liegt, tauchen und ansonsten rausnehmen, gewinnen also auch das Spiel mit 61. Das sind also die Varianten, die hier zur Verfügung standen und das Ganze, was ich daran so bemerkenswert finde, ist, wie unglaublich schlecht das Spiel eigentlich aussah und wie krass es auch losging mit 42 Augen nach diesen ersten beiden Stichen, dass es trotzdem noch eine stehende Siegmöglichkeit gab, nachdem der Spieler hier den Herz König hat fallen lassen. Das ist also vielleicht die Message, nicht nur für dieses Rätsel, für diese Partie, sondern für alle Skatspiele, niemals aufgeben, immer mal kühl rechnen und sehen, ob es noch einen Siegweg für euch gibt und ja, damit bedanke ich mich dann auch einmal für Eddy, dass er diese Partie nicht nur in seinem Kopf konserviert hat, sondern auch freigegeben hat, hierfür ein Rätsel. Wünsche euch einen schönen Freitag und ein schönes Wochenende, natürlich wie immer mit Gutblatt. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020